Gut. Erste Lady. Was ist er? Lady. Nummer 7 unten. 3, 2, 1, go! Oh, schön fährt sie. Wo ist sie? Daniela. Siehst du sie? Ja, sie ist auch hinter dem Hügel. Ah, ok. Und sie auch hoch? Nein. Jetzt. Ah, ja. Nummer 8. Das ist... Johanna. Johanna ist das, ja. Aber sie sitzt auch so fest hinten. Wir müssen über die Skischuhe... Schau, ich kann gar nicht Schienbeidruck geben. Man muss darum mit dem Oberkörper massiv rundrücken machen, damit sie überhaupt das Gewicht kann zentral über dem Ski behalten. Unbedingt G-Tuning beim Boss machen. Also, ich kann das nicht sehen, wenn du sagst, die Brille heilig. Ich finde das einfach gut. Aber sie können viel besser noch fahren, wenn... Oh, wo ist sie? Hinter dem Felsen. Hinter dem oberen, zwischen dem Felsen kommt sie jetzt gleich raus. Oder rechts. Oder links. Äh... Da oben. Jawohl, jetzt auch nicht so. Sie heissen Bogner, die Schwester auch. Vielleicht sind sie von dem Ski-Bogner. Nein, ich glaube nicht. Wir haben letztes Jahr gefragt. Ah, sie ist schon letztes Jahr in den Schnaasstag. Ah, nein, sie ist letztes Jahr in den Schnaasstag. Ja, schön. Zieh dich an den Weg. Ah, sie ist schon mal einer zur Flex. Ja, 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 ja. Zwei hat sie wieder hinterher geschafft. Ja, ja, Jura. Komm schon weg. Ja, ja.